Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe, heute aus Berlin. Guten Abend. Auf der anderen Seite gibt es da noch mal Leute, die sagen, ey, weißt du was, wir haben da die Statistiken, wir haben den Kontext bereitgestellt und haben das verglichen mit den Jahren zuvor und so weiter und haben da halt einfach ein größeres Bild gemalt. Und letztendlich kommen wir dann jetzt auch noch mal zu der Analyse, warum sind Leute so. Und je weiter man diese Schritte geht, desto ein breiteres Bild bekommt man. Statistiken entmenschlichen Menschen. Das ist halt das Ding, man hat mit Zahlen zu tun, aber nicht mehr mit Menschlichkeit. Das ist ein Ansatz, der mir sehr, sehr wichtig ist zu verdeutlichen. Und wenn man sich dann mit den Menschen auseinandersetzt und das ein bisschen breit gefächerter sieht, dann kommt man auf andere Schlüsse auch lustigerweise. Aber wenn wir einfach mal schauen, wo mittlerweile die Medien hingehen, worüber diskutiert wird, das ist ganz oft, mittlerweile sind es wirklich Fragen auf einer Mikroebene. Zum Beispiel, ist es rassistisch, jemanden zu fragen, wo er herkommt? Solche Sachen, ja. Wir sind schon an so einem Level angelangt, wo wir solche Fragen stellen müssen, ja. Und das lässt für mich mittlerweile einfach nur noch den Schluss zu, dass wir hier vor allem in Deutschland die Situation haben, die Nachfrage nach Rassismus ist einfach hör als das Angebot, Alter. Man muss den ganzen Kontext sehen und über den sollte man auch reden. Wenn Menschen sich heute darüber aufregen, sagen, Entschuldigung, meine Tochter ist auf der Domplatte angegrapscht worden, dann will ich das gar nicht beschönigen. Ich sage eben nur, von wem ist sie angegrapscht worden? Und warst du auch auf der Straße, als unser Staat in dieses Land Rüstung exportiert hat? Wow! Würde ich gerne wissen. Und wenn jemand, wir können einen Deal machen hier an diesem Tisch, wenn jemand in diesem Land mehrfach das Gastrecht missbraucht, rausschmeißen. Und wo würde ich anfangen? Bei den Amerikanern in Rammstein. Okay? Es wird der Sache nicht gerecht, weil ein kollektives Wir impliziert, dass das in unserem Namen passiert. Die überwiegende Mehrheit in Deutschland spricht sich in diversen Umfragen gegen Rüstungsexporte in Krisengebieten aus. Also in unserem Namen passiert das nicht, wenn irgendjemand von Rheinmetall, Geostrategen, Militärs, Großinvestoren, Geopolitiker das große Geld ziehen, weil gerade die Auftragslage für Panzergut ist. Kann ich nachvollziehen, da sind wir einer Meinung. Aber es passiert nicht im Namen des Volkes. Und deswegen kann auch das Volk in dieser Hinsicht auch mit den Konsequenzen nicht in die Haftung und Mithaftung genommen werden. Der zweite Punkt ist der, der kausale Zusammenhang, die Kausalität zwischen etwa einschlagenden Bomben in Afghanistan und Irak und Ali, wohlgemerkt aus Tunesien, der im Berliner Freibad Al-Essa an den allerwertesten grabscht, die müsste man erstmal darlegen, bevor man das in den Raum stellt.